Da hab ich jetzt eigentlich Clay dabei, was will ich mit dem Schroppd? Du wüsst wieder kein Iron mehr. Mensch Leute. Ja meh, mach mir dran. Es sind hier kein Helfenhand mehr, ey. Voll blöd, ey. Voll blöd. Das einzigste was ich höhe ist Mimimiimi. Ja nun. So läuft das nun mal. Du musstest dich ja von uns entfernen. Ich wurde dazu beauftragt, ja. Von einem nicht dazu Berechtigten. Ja. Du mich auch? Es ist der, der sich um die Quests kümmert. Eben. Das ist Berechtigung genug. Hat niemand noch Gold geschmeißen geradezu fertig? Mhm, 70 Ingrid. Okay. Dann mach ich halt die Quest fertig. Da, wie viel brauchst du? Ich brauch nur ein einzelnes Ingrid, ich schmeiß mir das mal schnell. Okay, ja. Mach ich halt nächstes Mal weiter. So, Punkt, aus. Oder auf Screen, noch besser. Ja. Ich bierke die... So, wie sieht das hier aus? Was macht die Wand da? Warum... Was soll das? Weil Wand. Die ist da, damit nicht alles da immer eingebaut wird. Achso. Vor du fragst. Können wir die Bäume dahinter nicht mehr abreißen, die die Früchte tragen? Weil die sind so unwichtig eigentlich schon, ja. Ja, die sind so unwichtig einfach. Hat wir noch Iron? Ich brenn gerade was im Ruf. Also, Smitary. Ja, geh nicht noch mal eine Piston irgendwo rum? Die hab ich schon geklaut. Okay, dann brauch ich noch eine. Wir haben ja Threat dann jetzt. Oh ja. Ja, ja. Ach, ist das schön. Boah, schade. Äh, dafür brauch ich aber Eisen. Mist. Ja, hab doch mal diese seltsame Axt da, ne? Diese verzauberte Axt hat mir doch mal. Äh, ja, warte. Axe of the Stream, ja. Ja, genau. Mach doch selber schnell den einen Baum da hinten. Ja, okay. Ja, egal. Mach du. Jo, danke. Rechtsklick, ne? Weißt du ja. Ja, ich hätte jetzt... Was, Rechtsklick? Ja, auf... auf... auf dem Stück vom Baum gedrückt halten. Okay. Boah, da ist ja das ganze Ding hier voll. Hör nochmal. What? Alter, das geht ja schneller. Ja. Das nimmt halt auch viel Durability raus, also muss so vorsichtig sein, ne? Ja, okay. Also, mit Linksklick bist du was langsamer, aber dann verbrauchst du weniger Durability. Also, geht genauso, oder was? Das funktioniert genauso, nur langsamer. Oh, hier ist keine Polgarn drin, das ist ja Mist, ist das. Hm? Wir haben keinen Polgarn installiert. Oh, eine Runde Mitleid. Ne, ist doch zu anstrengend. Äh. Achso, ich wollte ja mir ein Eisen schmelzen, so. Ja, ich habe mir gleich ein bisschen was geschmolzen. Ja, mir reicht aber eins. Ich will ja nur einen Piston bauen. So. Genügend Eisen für mich. War das jetzt genug, ja, ne? Ja. Gerade so. Ja, das war mir 54, ja, scheiß drauf. Wir haben einen Division-Zegel, wo kann man das denn her? Das habe ich gekriegt. Oh, okay. Schön. Ich habe doch mir Kartoffeln geschmolzen, ne? Ja. Kartoffeln geschmolzen. Ja. Okay. Was so kommt man denn? Flüssige Kartoffeln sind lecker. Ja. Die, 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 ähm, mache ich dann zu Barren und dann habe ich so, ähm, Kartoffel-Barn, die sind so wie Schroelade. Genau, so wie Fleisch-Barn. Genau, Pig-Iron. Ne, Fleisch-Barn gab es damals tatsächlich. Ich weiß. Gibt es jetzt immer noch Miet? Ja, da hängt es sich Press-Fleisch. Press-Fleisch. Was wollte ich hier haben? Ich habe jetzt Bock auf Fleisch irgendwie gerade. Fleisch. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich mache mir noch einen Schnitzel-Wagen. Ach, hier, jetzt kriege ich auch Hunger. Vorsicht. Ja, ich esse die ganze Zeit. Ich weiß. Das hättest du nicht sagen brauchen. Das wusste ich auch so schon. Ich kenne dich. Ich habe noch drei Tafel Schokolade hier. Ja, ich habe jetzt nur noch die Hälfte. Ähm, da macht die Redstone Energy Cell übrigens absolut keinen Sinn. Doch. Nein. Weil sie nur abfangen soll. Wieso das denn jetzt? Weil die anderen, äh, Maschinen Priorität haben sollen. Und nur der Rest, der überbleibt, aufgesaugt sein werden soll. Aufgesaugt. Äh, die haben immer Priorität. Redstone Energy Cellars und Energy Cellars im Allgemeinen haben die geringste Priorität überhaupt. Ja. Die sind immer nur als Notfallspeicher da. Hm. Keine Ahnung. Da hinten steht es gut. Es sieht gut aus. Deswegen. Na ja. Guck, was brauchen wir noch? Automatisation. Ich mache gerade bei der Bienenreihe weiter, ne? Okay. Ah, brauche ich Glas. Hattet jemand Glas dabei gerade? Nö. Nö. Nein, das ist meins. Weg. Pff. Geh. Arsch. Schwinde. Warum sind nur noch Glas-Paints drin? Ach, sechs Glas. Perfekt. Er hat sechs gefragt. Ja, sechs Glas. Wie jeder gleich irgendwas anders sagt. Hm. Hm. Da sind sie wieder wach, alle, ne? Ja. Das brauchen sie nicht. Raw Rubber. Oh. Braucht das jemand? Nö. Dann kommt es in die befüllten Kisten hier einfach. Irgendwo rein. Nicht mehr mein Problem. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir brauchen doch so langsam mal ein bisschen was mehr Lava. Hm. Ich kann nicht mal die... Ja, jetzt können wir eigentlich umbauen. Bienenreihe gar nicht... Wie umbauen. Weiter machen. Wir können jetzt die Netherracks umbauen. Und dann können wir da hin. Ach so. Alles verkennen. Ja. 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 Müsst mir nur noch leichter noch anzünden, weil sonst... Ja. Ja. Feuerzeug ist ja nicht schwer. Haben wir wirklich so wenig String? Vier String? Guckst du Mobfarm? Ah, Cookie-Schmopfarm. Junge. Mann, Mann, Mann. Weil dann baue ich jetzt gleich mal ein paar weitere Oak-Seeves. Kann ich vielleicht gleich mal ein paar Barrels bauen? Ähm, wenn wir irgendwo noch vernünftiges Holz haben. Bin ja gerade wieder mal anpflanzen, ja. Das finde ich aufgefallen, weil ich habe gar kein Plast mehr für Bronzeingles, das ich gerade noch im Inventar habe. Nein, dann noch fünf hier raus. Hm. Haben wir noch vernünftiges Holz? Bisschen was. Da hinten habe ich eine Barrel gebaut. Da hinten, guck mal. Da links hinten. Hm, sehr cool. Brauchen wir die Stone Barrels eigentlich für irgendwas? Äh, zum Lava-Storen. Da kann man dann, glaube ich, Blazes beschwören? Irgendwie sowas. Das wäre übrigens unglaublich praktisch, weil wir da nicht in den Neta missten, um Blaze-Blaze-Blaze-Rots zu kriegen. Blaze-Powler habe ich schon ein bisschen was. Das bringt dir aber nichts, weil du daraus keine Blaze-Rots machen kannst. Achso, brauchen wir wirklich Blaze-Rots? Für, ähm... Einiges, ja. Ja. Also für so ein paar Sachen. Okay. Alter. Also schon kommen wir denn hier. Da haben wir eine Angry-Doll. Die können wir uns hier reinzulich inzwischen sogar selber machen. So viel Kram haben wir ja. Da haben wir noch eine Angry-Doll. Jo. Oh, ich hätte einen Jungle-Suppling. Das ist ja cool. So, Eisen haben wir jetzt auch wieder 50 Stück. Ach, nur. Das ist echt nicht viel, aber... Wird vorerst reichen. Kannst du ja nochmal einen Eimer machen. Ich würde sagen, ähm... Den nächsten Bienenschritt kann man nur machen, wenn man schon mal mit Bienen angefangen hat, weil man dafür, ähm, eine Alviary machen muss. Ah, okay. Die braucht ja eben den ganzen Bienenkram. Hm, Sand nützt uns eigentlich nix, oder? Vom Season her. Weiß ich gar nicht. Nee, da kommt nur... Also nicht Staubs, sondern dieses andere Zeug raus. Ja, Broken-Kram. Genau, genau. Und das ist... Ich weiß gar nicht, ich glaube, da kriegen wir die Quicksilver-Drops raus. Brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Nee, nicht so. Quicksilver-Drops geht man auch durch, äh, Staub will ich meinen. Haben wir noch drei Ender? Ja, glück drüben. 14 haben wir noch. Weil, dann baue ich jetzt, äh, zwei Gravel und ein Sand-Eimer. Äh, ein Dust. Ich glaube, das dürfte dann passen. Boah. Achso, den... ...hab ich hier schon. Okay. Ein unnötiger Weg. Juhu. Da. Danke. Danke. Danke! Mach das, ja. Ich hab die da nur stehen gehabt, weil... Die Zelda ist mal wirklich weg. Oder auch nicht. Warte, ich mach's hier kaputt. Nee, da geht alles raus, oder? Achso, du hast die richtige Range schon, okay. Ja, die hat ja ein Invar, glaub ich, und drei Iron oder so gekostet. Ja, zu dem Zeitpunkt, als ich hier zugange war, ging das halt noch nicht. Also, wo soll ich die deiner Meinung noch hinstellen? Direkt zentral ins Netzwerk. Oder wie? Ist egal, wohin. Weil ich wollte die schon auch irgendwie abnehmen können, falls wir mal irgendwo anders Energie brauchen. Du kannst die irgendwo hinmachen, nur halt eben nicht hinter die Sachen, die man abkoppeln sollt, weil die ständig Energie verbrauchen. Achso, jetzt... Achso, okay. Ja, dann baue ich sie hier hin. Achso, okay. Achso. Haha. 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 Vielen Dank. Mal schauen, da geht es da rein. Und unten geht es raus. Wunderbar. Okay. Input und Output. Muss man das wirklich machen? Ja. Ach Gott. Habe ich gerade. Es ist alles in Ordnung. Es gibt leider kein Input-Output-Buzz mittlerweile noch nicht. Apropos Buzz, genau. Jetzt hast du mich eingesperrt. Tja. Willst du die Bustes gerade machen, oder wie? Nee, aber Planet N6 wollte ich mal machen. Ah, das ist eine gute Idee, ja. Hat doch jemand Glas da, oder? Na ja, stimmt. Glas brauchen wir auch noch was. Ja, ich glaube, wir haben noch Sand in den Dings drin, hier hinten, oder? Da ist Sand drin? Nee. Nee, nicht da, aber in den Dings. Oh, ich habe einen Memorale gekriegt. Nein, ich bekomme viel zu viel Horst. Ja. Ich habe mal ein bisschen Gravel da rausgeklaut, ne? Niemals. Klar, doch. Ich wollte ja acht Sand haben, um hier, das mir hier so schön... Dann schmelze ich mir erst mal ein. Genau. So, Frage ist, haben wir noch Planet Nugistics 1 oder schon 2? Schau nach. Steht bestimmt irgendwo. Wir haben noch eins. Okay, das ist schön. Weil zwei ist kompliziert. Ey, wir brauchen Sera Quads. Haben wir. Haben wir? Wie viel? Ach, nee, wir haben Sera's Quads. Ja. Das ist natürlich blöd. Und... Mit zwei Eisen, kann nicht wahr sein. Ach, nee, jetzt habe ich nicht. Ehrlich? Okay, alles gut. Also, was ich machen könnte, wäre, so eine... Light Potion zu investieren. Da habe ich also zwei von. Dann? Und praktisch, äh, durch Nader durchfliegen. Könntest du tun. Dann stelle ich zumindest die Summi-Pigment und so weiter nicht weiter. Also, ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, aber bei mir hat die nicht gefunzt. Die Flat Potion. Vielleicht musst du die erstmal irgendwie aktivieren? Also, nachdem du sie getrunken hast? Kann sein. Weiß ich nicht. Okay. Haben wir eigentlich normale Bricks? Ich späre, ich wollte eine Pickaxe. Normale Bricks, nee. Haben wir Clay noch, was da? Nicht, dass ich wüsste. Ähm, ja, sieben Clay hätte ich noch. Also... Perfekt, ich brauche nur drei. Ah, Birke ist sogar, ja, okay. Du kriegst alles, ich brauche das eben nicht. Nee, nee, du kriegst alles. Du hängst denn du auch da? Ja. Warte mal, nicht 24 für eine Rüstung. Ach, jetzt ist Aluminium brass, was? Ich dachte, wer war Bronze? Äh, Bronze ist das braun hier unten. Nee, jetzt... Nee, Bronze habe ich... Haben wir hier nicht drin, wie gesagt. Bronze habe ich hier, einmal, da. Einmal, okay. Ansonsten einfach mal sechsmal diesen ganzen Kram zusammenpacken, das dauert ja nicht lang. Naja. Wie ist eigentlich der Bronze Rüstung? Klar, weil die eigentlich einiges hält, ja. Ja, und weil wir nicht so viel Bronze brauchen, wie wir Eisen brauchen, ja. Schan, Silber, Eisen, blablabla... Warum pumpt der nicht nach rechts? Rechts. Was denn wo? Der müsste eigentlich nach rechts pumpen, der untere Pulverizer. Bestimmt verdreht. Weil das Ding auf Input steht. Der Autonomous Activator, meine ich. Nee, das ist, äh, gelbes, äh, blaues immer Input. Weil der falsch rum ist. Der ist falsch rum? Ja. Okay, warte. So, muss ich den platzieren, oder? So, dass sich das bewegende Ding auf die... Ja, genau. Ach, scheiße. Hm. Da hab ich jetzt was mal neu rein. Hm? Jetzt? Jetzt. Jetzt. Okay. Sehr gut. Ja, 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 ja. Was macht Melanie grad so? Außer noch immer Essen. Hm. Nö. Einfach nur Nö. Was macht die grad so? Nö. Du hast gesagt Essen. Und darauf geht einfach Nö. Ich hab gesagt, was machst du außer Weiteressen? Nö. Ja, dann auf das Nö war auf das Weiteressen bezogen. Was ich nicht esse. Ausnahmsweise. Ja, ich muss ja noch was übrig lassen für morgen. Ach so. Können nicht alles in einem Tag auch essen. Ja, auf heute noch Mittag, Mittag. Okay, anscheinend können wir keine Brauchslustung machen. Gut. Dann halt doch das Eisen. Das Gute. Kannst du ja direkt mal einen Eimer machen. Nö, wir brauchen einen Umteil. Nicht mehr. Okay, ähm, ich glaub die Chest überfüllt gleich. Ich brauch einen Eimer. Doch, dann machen die Demand Chest draus. Was? Eins. Ja, danke. Wie viel brauchst du davon? 24. Mach dir doch keine Eisenrüstung. Was denn dann? Keine Rüstung. Ja, wenn ich schon in Nether gehe, dann sollte man vielleicht sich mal schützen. Kannst du mal eine Holzrüstung nehmen. Ja, die, das ist doch ein nettes Angebot von Corbinia. Nimm das doch mal an. Das wird doch alle wahnsinnig. Komm, wenn du doch, wenn du doch, ne? Ja, wenn du schon in Nether gehst, dann stirbst du auch. Ja. Ja, dann willst du, dann sollst du auch gut brennen. Brennen. Nein, ich hab irgendwas Falsches angegeworfen. Mhm. Na, nehme ich die Spikes-Pick. Ich weiß, es ist ein Axe zum Angriff. So. Um so ein fieses Jumprunner zum Portal hochzukommen. Bäh. Ja, was? Jump'n Portal. Alles war andersrum, ne? Ja. Mhm. Warum hab ich eigentlich einen normalen Bogen? Keine Ahnung, weil du deinen eigenen nicht verwenden wolltest. Ja, aber ich hab mir keinen normalen Bogen gemacht. Ja, wahrscheinlich hat er wahrscheinlich ein Skeletting gedroppt. Oh Mann. Puh. So ein Arsch. Ja, sowas könnte ich verboten, weißt. Ja. Wart mir ja gar nicht schreiben.